Sich untereinander bekannt machen Haben Sie schon meine Kollegin Frau Schiller kennengelernt? Kennst du hier irgendjemanden? Komm, ich stelle dir Susanne vor. Ich möchte sie gerne mit Tina Vogt bekannt machen. I'd like you to meet Tina Vogt. Lass mich dir Max vorstellen. Let me introduce you to Max. Kann ich Ihnen Frank Siebert vorstellen? Can I introduce you to Frank Siebert? Darf ich Ihnen Frank Siebert vorstellen? May I introduce you to Frank Siebert? Das ist mein Sohn Marc. This is my son Marc. Das sind Rebecca und Martin. This is Rebecca and Martin. Das ist mein Partner. Das ist meine Partnerin. This is my partner. Das ist mein Mann. This is my husband. Das ist meine Frau. This is my wife. Das ist mein Sohn. This is my son. Das ist meine Tochter. This is my daughter. Das ist mein Freund. This is my boyfriend. Das ist meine Freundin. This is my girlfriend. Das ist Peter Pfister. Meet Peter Pfister. Er ist mein Chef. He's my boss. Sie ist meine Chefin. She's my boss. Er ist ein Kollege von mir. He's a colleague of mine. Sie ist eine Kollegin von mir. She's a colleague of mine. Er ist ein guter Freund von mir. He's a good friend of mine. Sie ist eine gute Freundin von mir. She's a good friend of mine. Er ist unser Nachbar. He's our neighbor. Sie ist unsere Nachbarin. Wir kennen uns noch nicht, oder? I don't think we've met, have we? Entschuldigung, aber sind wir uns schon einmal begegnet? Sorry, but have we met before? Darf ich mich kurz vorstellen? Let me briefly introduce myself. Ich habe schon viel über Sie gehört. I've heard a lot about you. Ich habe schon so viel über Sie gehört. I've heard so much about you. Haben wir nicht miteinander telefoniert? Didn't we speak on the phone? Ihr Gesicht kam mir gleich bekannt vor. I recognized your face straight away. Ihre Stimme kam mir gleich bekannt vor. I recognized your voice straight away. Ich wusste, dass wir uns bereits irgendwo begegnet sind. I knew we'd seen each other somewhere before. Leider kann ich mir Namen ganz schlecht merken. I'm afraid I have a terrible memory for names. Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor. I'm afraid there's a misunderstanding. Ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemand anderem. I think you've mistaken me for someone else. Ach, Entschuldigung. Oh, my apologies. Sie sehen genauso aus wie er. You look just like him. Sie sehen genauso aus wie sie. You look just like her. You look just like her. So make you want me to leave. You look just like her. sua courte. Musik Kennen Sie Herrn Schröder schon? Diener Mr. Schröder? Haben Sie schon meine Kollegin Frau Schiller kennengelernt? Have you met my colleague Miss Schiller? Kennst du hier irgendjemanden? Is there anybody here that you know? Komm, ich stelle dir Susanne vor. Come and meet Susanne. Ich möchte sie gerne mit Tina Vogt bekannt machen. I'd like you to meet Tina Vogt. Lass mich dir Max vorstellen. Let me introduce you to Max. Kann ich Ihnen Frank Siebert vorstellen? Can I introduce you to Frank Siebert? Darf ich Ihnen Frank Siebert vorstellen? May I introduce you to Frank Siebert? Das ist mein Sohn Marc. This is my son Marc. Das sind Rebecca und Martin. This is Rebecca and Martin. Das ist mein Partner. Das ist meine Partnerin. This is my partner. Das ist mein Mann. This is my husband. Das ist meine Frau. This is my wife. Das ist mein Sohn. This is my son. Das ist meine Tochter. This is my daughter. Das ist mein Freund. This is my boyfriend. Das ist meine Freundin. This is my girlfriend. Das ist Peter Pfister. Meet Peter Pfister. Er ist mein Chef. He's my boss. Sie ist meine Chefin. She's my boss. Er ist ein Kollege von mir. He's a colleague of mine. Sie ist eine Kollegin von mir. She's a colleague of mine. Er ist ein guter Freund von mir. He's a good friend of mine. Sie ist eine gute Freundin von mir. She's a good friend of mine. Er ist unser Nachbar. He's our neighbor. Sie ist unsere Nachbarin. She's our neighbor. Wir kennen uns noch nicht, oder? I don't think we've met, have we? Entschuldigung, aber sind wir uns schon einmal begegnet? Sorry, but have we met before? Darf ich mich kurz vorstellen? Let me briefly introduce myself. Ich habe schon viel über Sie gehört. I've heard a lot about you. Ich habe schon so viel über Sie gehört. I've heard so much about you. Haben wir nicht miteinander telefoniert? Didn't we speak on the phone? Ihr Gesicht kam mir gleich bekannt vor. I recognized your face straight away. Ihre Stimme kam mir gleich bekannt vor. I recognized your voice straight away. Ich wusste, dass wir uns bereits irgendwo begegnet sind. I knew we'd seen each other somewhere before. Leider kann ich mir Namen ganz schlecht merken. I'm afraid I have a terrible memory for names. Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor. I'm afraid there's a misunderstanding. Ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemand anderem. I think you've mistaken me for someone else. Ach, Entschuldigung. Oh, my apologies. Sie sehen genauso aus wie er. You look just like him. Sie sehen genauso aus wie sie. You look just like her. Ich le Southend. Ich lew nach dem Lock zu. Ich lew nach ganzem. Ich lew nach Schleuch. Und dann können noch die Leida anbel. Ich lew nach der Leida an.